Hallo Leute, ja, wir sind jetzt hier auf dem Schlachtfeld. Hier unten zum Beispiel liegt irgendwie Rotten Elf Swordsman Corpse. Da müssen wir mal schauen, da gibt es ja auch was zu looten, Schild und Gloves und so weiter und so fort. Und hier drunter ist wahrscheinlich einer von unseren Leuten, oder? Ne, Iron Sword, das gehört wohl auch noch dazu, hat nicht genug Platz gefunden, oder? Dwarfs Blot ist da auch wieder, ja. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir aufräumen, sozusagen. Und ja, unsere Zwerge, gestorbenen Zwerge dann in irgendwelche Höhlen bringen, wo sie dann ruhen können. Das werden wir jetzt diese Folge machen müssen und die Squad vielleicht noch angucken. Aber da ist eins nach dem anderen, ne? Ich sag nach dem Intro, schauen wir da weiter. So, okay, dann würde ich sagen, wir lassen das sowieso erstmal laufen, müssten dann tiefer gehen wahrscheinlich. Da gibt es eine Treppe. Jetzt müssen wir erstmal gucken, das war... Wo ist jetzt das? Jetzt, ah, da. Da ist die Treppe. Jetzt will ich aber nicht die Höhe ändern, sondern den Zoom. So, jetzt haben wir es. Ich werde dumm wieder mit der Steuerung und Shift, ne? So, hier passiert jetzt noch gar nichts. Das bedeutet, wir sollten jetzt hier erstmal einen Gang machen. Und hoffen, dass es jemanden gibt, der das macht. Den wir noch haben, der das macht. Regular Mining. Left-click for recenter and sign options. Fight-click to dismiss. The donkey is fighting. Wo ist denn der Donkey fighting? Wo ist denn das? Oder sind das alte Dingens? Das sind bestimmt alles alte Sachen, ne? So, was hat er denn hier? Achso, wir müssen jetzt erstmal aus dem Baumodus wieder raus. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist niemand, der jetzt wahrscheinlich... Wieso ist denn das da oben? Jetzt habe ich das da aus Versehen auch gebaut. Das müssen wir jetzt schnell hier abreißen. Ich hoffe, das ist nur hier. Ja, sieht so aus, ne? Ah, da unten baut gerade einer. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, ob ich das in dieser Region schon mal höher machen will, ne? Eigentlich müsste ich jetzt... Was haben wir denn jetzt hier ausgewählt eigentlich? Ich würde jetzt gerne eine Treppe machen noch. Dick Stairs. Bis dahin erstmal, oder? Okay, das lassen wir jetzt gerade zu Ende machen. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Da kommt noch einer, ich mache das jetzt zu zweit, oder sehe ich das? Ne, der bringt schon was weg. Okay, der räumt schon mal auf, das ist auch gut. Aber er müsste jetzt schauen. Ich hoffe, er macht es dann jetzt auch. Okay, der zweite Boulder wird da auch weggebracht. Hier wäre wichtig, dass das einer macht. Hier ist jetzt... Jetzt grabe ich hier mal aus. Und mache den Gang aber auch mal ganz lang. Wie weit können wir denn da? Da ist Ende, okay. Das heißt, ich mache mal bis hier hinten hin. Also weiter geht es nicht wie bis da, okay? Gut, und dann würde ich sagen... Machen wir hier... Warte, dann machen wir doch nochmal hier... einen Eingang. Und hier machen wir... die... ja, Höhlen, ne? Wo unsere Leute dann... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen. Oh, jetzt habe ich da einen zu viel gemacht. Rubber rausholen. Okay, den wieder weg. 2, 4, 6. Ich lasse das erstmal so und hoffe, dass jemand sich da begeistert für, hier zu graben. So, was passiert jetzt hier? Rock, Salt, Upward, Stairway. Okay, Hotkey war der T. Und da ist es M. Wenn ich jetzt M drücke, wählt er das dann... Ja, der wählt das dann tatsächlich automatisch aus. Sehr gut. Das muss ich mir unbedingt merken, die Hotkeys. Jetzt wäre es nur sinnig, wenn einer hier mal weitermachen würde. Was ist das hier? Left-Click for the center and expand options. Right-Click for the fortress of the season. Ah, no. Okay, ist auch nicht so schlimm. Das ist jetzt erstmal durch. Jetzt müssen wir mal gucken. Krustovs Workshop. Ja, wir müssten jetzt schauen, dass wir irgendwo eine Schmelze kriegen und Eisen machen oder sowas. Was macht er jetzt hier gerade? Er ist durstig. Was ist mit ihm? Er ist gesund. Ein Planter ist das. Hier gibt es Essen. Da ist hier in dem Fass was drin. Food Stockpile. View Stockpile. Also, da sehe ich aber nicht, was drin ist gerade. Die sind aber auf jeden Fall alle beschäftigt. Das ist schon mal gut. Wir müssten jetzt aber überlegen, wo wir hier... Also, der Carpenters Workshop war hier oben, ne? Ah, da habe ich jetzt ihn hier. Den will ich aber nicht. Ich will den Laden haben. So, make a barrel. No. Add new tasks. Make a nervous wooden cradle. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier einen Coffin finden. Ich hoffe, der geht hier in... Holz. Minecart. Warte, das ist, glaube ich, alphabetisch sortiert, ne? Flottgate. Minecart. Ich glaube... Kabinett. War es ein Kabinett? Ne, ne? Ne. Kabinett ist ein Schrank. Brech ab, brauche ich noch nicht. Spikeball. Alter, Animal Trap. Armor Stent. Barrel. Bin. Armor Stent kannst du ruhig einen machen. Egal was für einen hier. Add new tasks. Okay, der wird schon gemacht. Bin. Blocks. Bucket. Buckler. Ne. Cage. Käfig. Kabinett. Ne. Kabinett war Schrank. Chest Crutch. Door. Flottgate. Ne. Es gibt, glaube ich, hier kein Dingens. Das heißt, es geht nur im Steinerladen, ne? Äh... Ja. Wo ist der? Den haben wir noch gar nicht wahrscheinlich, oder? Was ist das für einer hier? Crafts Robs Workshop? Nein. Crafts Robs Workshop. Hier wird gebrannt. Und das ist... Die Küche, das bedeutet, hier oben sind ja noch Räumlichkeiten frei, das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir dort oben einen Workshop kriegen, der Masons, der Stoneworker. So, der Stoneworker. Äh... Macht das so, das ist alles gut. Wir müssen Stockpile dann machen. Der... Ach so, ja. Da nochmal. Klick's the Play Area to paint the Stockpile. Ja, machen wir so. Und... Accept. Und da sollen Steine rein. Rock. Bars and Blocks? Ne. Korps, finished goods, food. Stone. Und das war's. Bivels brauchen wir da nicht. Ich hoffe, das wird dann da reingemacht. Und dann müssten wir hier oben noch ein Lager machen. Für finished goods. Aber wir müssen hier wieder drauf. Ne, weiß ich jetzt nicht, warum der jetzt hochgesprungen ist gerade. Okay. So, nochmal Stockpile. So. Accept. Finish goods. Aber... Ne, die will ich da ja jetzt gar nicht. Custom will ich haben. Bei dem eben war es auch Custom, glaube ich, oder? Stone. Metal Ores. Ne, ich will das gar nicht haben. Hier, das soll weg. Das brauche ich. None. Dann den. Wie kriege ich den denn jetzt da hin? Ah, das war jetzt verkehrt. Custom. Stone. Aber Stone ist das hier? Magnet? Ja, doch. Kann wohl sein. Metal Ores. Das kann das ruhig sein, ne? Ah, ne, warte mal. Äh, das ist jetzt hier der falsche Stockpile. Furniture. Sitcher Amor. Stone Clay. Warte mal. Machen wir hier nochmal None. Ich glaube, das läuft unter Furniture. Stone Clay. Ja, und mach da mal alles rein. Ist egal. Das geht jetzt ums Material. Ne, Typ will ich ja eigentlich haben, ne? Coffin. Das heißt, None, Typ, Coffin. Gut, läuft. Ich glaube, jetzt ist es passend, oder? So, und hier. Lassen wir auch Custom machen. Stone ist aber richtig eigentlich, oder? Other Stones. None, Other Stones, All. Jetzt haben wir das passend, glaube ich. So. Jetzt sollte da vielleicht was passieren. Und er hier ist schon fertig. So, dann müssen wir da nochmal raus. Hier rein, Add New. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier Coffins machen. Make Rock Coffins. Und. Ich weiß nicht, wie viel wir gerade brauchen. Ich mache erst mal 5. Und hoffe, das klappt soweit. Da ist auch jemand schon mal drin und macht das. Das ist auch sehr gut. Okay, das heißt, wir gehen jetzt runter und hoffen, dass hier schon weiter gebuddelt wurde. Ja, das ist auch gut so. Hier hin läuft schon. So, jetzt müssen wir das als Area machen. Ich weiß aber nicht mehr, unter was das lief. Furniture, Workshop, Cages and Stream, Traps, Machines, Flutes, Constructions. Support, Tracks, Tracks, Game, Glass, Floor, Vertical Bars, Floor. Ne, das ist alles nicht das, was ich glaube, will. Unter Workshops läuft das auch nicht. Ne, warte mal, das ist hier irgendwie falsch. Ich glaube, hier sind wir richtig. Burrows. Add a new burrow. Schuße sind wir vor a burrow. Ich weiß gar nicht. Ne, das würde ich jetzt irgendwie... Click in the play area to paint the burrow. Ich glaube, das ist falsch, oder? Ich weiß es nicht. Gestaltet sich gerade schwierig. Die sind leider auch nicht gerade hier weiter am Arbeiten. Wir müssen gucken. Lass uns nochmal Area gucken. Ne, ich bin mir nicht sicher. Diese Area. Nobody assigned burrow. Oder war das doch so? We center in this burrow. Tockel Weather Workshops can source materials from outside the burrow. Saving game machen wir gerade. Okay. Nobody assigned. Speicher mal schneller ab, damit ich dann weiterkomme. Da fehlt einer, ne? Okay, jetzt hakt es gerade hier beim Abspeicher noch. Okay, ich glaube... Ach nee, der blinkt. Okay, dann passt es ja doch. Assign. Und jetzt müsste ich eigentlich dann gucken... Sind die denn all? Soldiers? Ne, das sind ja meine lebenden Leute, glaube ich. Das ist irgendwie doch falsch. Das add new burrow ist wohl verkehrt, glaube ich. Dann kann ich auch das burrow deleten. Ich glaube, ja, da. So, jetzt haben wir das. Burrow war falsch, glaube ich. Ich muss irgendwie diese Zone machen, aber wie? Da, Zone. Office, Dementory, Barracks. Tomp, da ist es. Ein Tomp-Muster hin. Und... Click in the play area to paint the zone, habe ich gemacht. Accept. Select this option and undersigned decent citizen will be buried here automatically. Okay, das reicht, glaube ich, so. Das kann so bleiben. So, nächste. Accept. Ich glaube, da auch einer hin. Accept. Habe ich den schon gehabt? Ich glaube nicht, ne? Accept. Hier können wir definitiv schon jetzt einen accepten, der sogar fertig ist. Und hier noch einen machen. Accept. Dann brauchen wir noch ein paar Türen, die da reinkommen. Dann haben wir hier schon mal was erledigt, glaube ich, oder? So. Autumn has arrived. Wir werden wahrscheinlich wieder gleich verhungern oder sowas. Okay, die sind aber auf jeden Fall schon mal am Fuhrwerken hier. Und da müssen wir gucken, wen wir da beerdigen können oder nicht, ne? Also, da müsste jetzt ein Coffin dann da rein. Workshops. Ne, Workshops war das nicht. Furniture. Coffin. Warte mal, haben wir Türen da? Dann würde ich nämlich jetzt gerade Doors und Hedges machen. Door. Needs Door haben wir nicht. Okay, alles klar. Dann haben wir das schon geklärt. Constructions. Ja, ich muss rausfinden, wo ich jetzt die Dingens finde. Bed, Chair, Table, Chess, Cabinet. Da ist es. So, den ersten können wir da hin machen. Ein Alert ist gekommen. A Caravan von Luca has arrived. Okay. Dann wollen wir da mal schnell hin. Okay, die sind da. Aber da wollen wir uns in der nächsten Folge drum kümmern, denke ich. Dass wir auf jeden Fall die Karawane mitnehmen. Dass wir was zu trinken kriegen, zu essen kriegen. Das ist wichtig. Und dann müssen wir weiterschauen, ja? Ich würde sagen, erst mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.